Hallo Polizisten, ja und du machst ja auch hier vom Kommentatorenplatz aus Spaß, Manni, das war spielerisch eine Augenweise. Toll, hochklassig Zufall hat er gesehen, liebe Zuschauer, das stimmen Sie mir sicherlich zu. Ich bin mir sicher, auch Ihnen hat das richtig Spaß gemacht. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Manni Breutmann.